Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Berlin. Das ist der Türgarten oder so, wie man glaubt. Und was soll ich jetzt sagen? Ah ja, wir schauen jetzt erstmal, wo die Sighting-Busse abfahren und wir fahren dann erstmal eine Runde mit dem Sighting-Bus. Alle stellen könnten unter anderem der Reichstag und die Wege sollte sein. Bei den anderen bin ich mir halt noch schlüssig, wo wir verstehen können. Ich melde mich später wieder, sobald wir was rausgefunden haben. Sobald wir auf dem Bus sitzen. Also, bis danach.